dann erst mal stromleute töten ok runterfallen darf man nirgendswo klar zu kommen glaube ich die polizei ist da hat die polizei feuerwehr ja stimmt okay jetzt aber jetzt schaffen wir es weil er macht jetzt die ansagen wir es team leader ich habe keine ja doch schuldig ja das nächste mal wieder sagen der ingmar ja du bist aber vorgerannt alter ich bin doch schon die überwachungsvideos ja ich mache ich mache das von hier oben ingmar bitte löscht die überwachungsvideos ja ja mach ich doch aber du wolltest doch hier dich um den bohrer kümmern ja mein doch ach so oh alter alter jetzt halt halt du mir wenigstens im rücken frei ohne spaß der ist schon wieder viel zu überfordert mit der über mit der chef sache hier gleich holt ja in dead island bist du aber auch vorgerannt einfach nur beim ersten mal beim zweiten mal nicht beim dead island bist du auch vorgerannt dead island ja oh ich bin unter strom nein alter sind jetzt schon diese stromleute da echt du bist schon unter strom ja ich kann man ja ich bin da und alter gibt es doch nicht was soll der miste haben wir auch schwer gestillt nein auch leicht das ist ja das bittere verhaltet euch ein bisschen die kommt zu euch da kommen ganz viele zu euch ich versuche die ganze zeit abzuknallen aber die sind danke ooooh fuck ey alter fatt die wand an ey komm wir müssen zu big mana ooooh ist das heftig gewesen ooooh ich habe keine munition ich muss die links rein gehen achst du ok ooooh ich hole mir eben munition ok hörein ok ich muss die bomb ist eben frei oder kann ich die baumaschine eben machen mach baumaschine ich hab noch ein bisschen munition ich sehe schon wie bei ihnen immer immer wird die ganze zeit getroffen ja die ganzen sachen auf mich hier was heißt denn hier du lenkst weil jetzt brauche ich munition ja äh wir bräuchten ein bisschen unterstützung hier weil wo bist du denn bei der braumaschine du siehst mich doch hier unten achst du da bist du naja du warst grad hinter dem sniper wo denn ah der ist auf dem dach da oben ist er tot ja er ist tot scheiße ich brauche muni ja komm ich hier unten steht ein sack der ist fast schon faltig aber naja ok bist du schon wieder tun ich bin noch nicht schon ey da ist das sniper noch immer noch irgendwo hier ja wohl ok ich sehe keinen sniper auf jeden fall wurde die maurmaschine richtig dort getroffen ey scheiß die waren da jetzt auf einmal kommt kein schwein da sind sie ah ja ok wo sind die jetzt auf einmal alle ja es müsste erstmal wieder neu eingeflogen werden hallo 10 oder oder haben wir jetzt in den ganzen runden 10 sekunden noch ok ah fuck alter ey schon wer sniper mich von hinten gekillt hier oben ist sicher fast hier ist nur einer ja dann komm so langsam runter ich bin doch tot alter ach du bist tot ich renne hoch Patrick du bist aber auch fast gleich tot echt du liegst bei mir auf dem boden ja hilfe 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 ah kacke wo ist big mana jetzt der ist weggelaufen oh bürger ey ja wo seid ihr oh bist du wie liegt doch hier bist doch gerade oben her gelaufen ja ihr nur Patrick liegt bei mir hä ja ich bin gerade ich bin ganz tot ich muss jetzt 2 minuten 20 warten bis ich wieder drin bin ah deshalb du stehst nämlich bei mir einfach nur so bekloppt ja deshalb bei mir nämlich gar nicht bei mir ist er weg da ist irgendwo ein Sniper ja geh schon mal rein wenigstens hä aber tja ich bin ich bin festgenommen was machst du warum schießt du nicht ich sehe keine Gegner mehr hä bei mir ist niemand da geh doch rein in das Ding da ist doch offen bei mir ist du hä lauf einfach mal dagegen oder du hast dir jetzt eine Verzeihverzögerung hui hui das war dir auch kein Bohrrad doch der Bohrrad ist an aber der steht abgeschlossen aber ist noch nicht offen ich bin drin das ist doch kacke aber ich habe keinen Gegner ich stehe hier Mutterseelen allein ich bin bei nur eine Minute bin ich wieder drin mal gucken was dann ist ja genau vielleicht habe ich jetzt gerade nur einfach aber du siehst du überhaupt keine Gegner mehr ja bei mir ist alles Patrick der kämpft hier gerade fleißig alter hinter dir das ist gut oh die Smokegranate habe ich jetzt gesehen hallo so noch 41 Sekunden ey dann ist es gerade so gut und jetzt ist auf einmal irgendwie sowas hier na Bugs gibt es doch die Munition ich kann dir leider nicht helfen aber noch 20 Sekunden dann bin ich auch drin du kannst auch gar nicht schießen Böje doch schießen kann ich schieß einfach mal einfach um dich rum du triffst aber auch keinen aber die zielen auf dich das ist das komische die treffen die aber nicht da oben ist irgendwas oh oh soll ich bin auch wieder drin gut kannst du mir ein bisschen äh Steckung geben ja warte aber ich kann euch lediglich folgen boah Alter Vater ja wobei folgen ist relativ boah nur jedem Munition das Schlimme ist ich sehe nur Patrick der sich bewegt mich auch nicht mehr ne du bist still am stehen oben ich gehe mal kurz nach oben aber ich sehe mich hier nirgendwo Elektroleute sind wieder da wo schlägt man noch mal eh ne ok ja bei mir ist gerade ja dann müssen wir jetzt eh neu starten oder ja ja dann wollen wir mal rausgehen das ist doch kacke ähm ja warte mal ich beende mal die Aufnahme und dann gucke ich mal nach Programmen die ich schließen kann vielleicht wenn es am Internet liegt wenn du irgendwas hast aber ich habe auch für ein Platz stehen ja pause Vielen Dank.